Die Jahreszeiten in Deutschland In Deutschland unterscheiden sich die Jahreszeiten stark voneinander. Im Sommer kann es wirklich heiß werden. Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad Celsius sind dann keine Seltenheit. Doch es regnet im Sommer auch viel. Oft geht der Regen mit Gewittern einher. Noch wesentlich häufiger regnet es aber im Herbst. Im Herbst sinken die Temperaturen und die Tage werden kürzer. Wenn es einmal nicht regnet, kann es besonders im Wald wundervoll sein. Im Herbst verfärben sich nämlich die Blätter der Bäume und alles glänzt golden. Manchmal fällt im Herbst sogar schon der erste Schnee. Dann legt sich ein weißer Schleier auf die Welt. Das ist ein atemberaubender Anblick. Allerdings ist es dann auch sehr kalt. Im Winter sinken die Temperaturen noch weiter und es schneit noch öfter. Minusgrade kommen dann regelmäßig vor. Auf den Winter folgt der Frühling. Dann werden die Tage allmählich wieder länger und wärmer. Der letzte Schnee schmilzt und die ersten Blumen fangen an zu blühen. Es ist beinahe so, als würde die Natur aus einem tiefen Schlaf erwachen. Sommer, Frühling, Herbst und Winter. Sie alle bieten in Deutschland ein unvergleichliches Schauspiel. Das macht jede Jahreszeit auf ihre Art und Weise wunderschön.